Hey! Herzlich Willkommen zum Daily Calendar Puzzle! Es ist morgen! Nein, es ist nicht morgen. Es ist immer noch heute. Aber es ist eigentlich immer heute. Ja, ihr wisst schon. Wir werden jetzt den 16. machen. Den 15. haben wir recht schnell hingekriegt. 4,5 Minuten oder sowas. Der 16. geht noch schneller. Also ich habe ja vom Kollegen, der das gleiche Spielchen hat, er hat mir den 12. geschickt und gesagt, der 14. geht schnell. Aber der 16. geht heute auch schnell. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der 16. Ja, das gibt ein kurzes Video. 40 Sekunden mit 4G-Dings und so. Achso. Das ist okay. Das wäre sogar ein Short in Originalgeschwindigkeit. I don't know. Abonniert. Folgt. Kommentiert, wenn ihr irgendwas anderes sehen wollt. Wobei ich werde da wahrscheinlich nicht viel anderes machen. Sonst. Vielleicht werde ich irgendwann mal irgendwelche Effekte machen. Oder so. Wenn ich es dann mal hinkriege. Mit DaVinci Resolve. Irgendwas anderes als einfach nur das Zeug so zu schneiden. Genau. Reinzupappen, wie ich es im Moment gerade mache. Und vielleicht werde ich mich auch mal zeigen. Aber im Moment wird das glaube ich so nicht der Fall sein. Schätze ich. Dann schaltet auch morgen wieder ein. Wenn es heisst. Ähm. Daily Kalender passen. Und ähm. Und ähm. Morgen machen wir den 17. Only 3 Und dann geht es da umgee 하는еру. Und wenn ich ganz drauf schätze. weiß ich den formula. Ja wieder informiert habe ich die Bücher. Versuche ich. ッ. Ich팅 Ut火. Leute.